Alter, direkt vor mir ist ein Rucksack, die spawned! Alle! Er hat bestimmt irgendwo aus dem Haus daraus geschossen. Mit Unterlaufgranatwerfer gefunden, aber keine Unterlaufgranaten. GG. Sehen, links oben, im Haus, habe ich markiert. Ja, der chillt dort oben. Schüsse! Ja, ich schieße. Alter! Wo ist der? Oben, ich habe markiert. Direkt in dem Raum, wo die Markierung ist. Der hat mich im letzten Moment gesehen, Alter. So eine Ratte, Alter. Alter, ich habe nur eine Pistole hier. Ich würde sagen, da liegt eine Waffe, aber da schaut er halt gerade hin. Ja. Im Gebäude, wo er uns abgeschossen hat, da war er noch drin, oder? Ja. Hier ist bei mir einer. Alter, ich bin so behindert, Mann. Der ist am weitesten weg von dir jetzt Hangar. Dahinter ist der am Eck. Ziel zu dir. Der hat mich. Alter, sind wir so behindert, oder? Jordan Kachel, war das der gleiche? Ja, das war der gleiche. Alter, ich... Alter, ich... Alter, ich... Kein Armer mehr spielen. Das... Guck mal, ich treffe gar nichts, Alter. Ich bin so behindert. Kann man mal Wander spawnen? Ja, ich glaube, das... Vor allem alle. Ich habe ihn gar nicht erst gesehen. Wir haben ihn anehmt, dann kommt der Schuss. Was? Wo ist der Sommer? Ähm... Moment mal. Black. Alter, der hat mich. Alter, ich habe nur eine Piste gehabt. Alter, mit was hat er geschossen, Alter? Keine Ahnung. Was machst du? Bisschen weiter südlicher von dir. Bisschen an meiner Leiche, glaube ich. Alter. Gib mir eine Piste. Alter, der leckt halt in dieses scheiß Haus rein. Ich sehe ihn, aber... Nee, der leckt... Nee, der... Steh rein. Komm raus. Alter, rennt raus wie eine gestörte Sau, Alter. Direkt wieder Schüsse. Der... Der ausgesehen geschossen, oder? Alter, was ist ein... Ich sehe ihn. F1. Ja, in einem roten Haus. Ich habe keinen F1. Der läuft am roten Haus. Zwischen dem roten. Ja, genau. Ja, ich sehe ihn. Der ist weg. Der ist rechts gelaufen. Zwischen dem hinteren roten. Ja, ich sehe ihn. Der ist weg. Er robbt. Der robbt viel herum, Alter. Ich habe den nicht tot gekriegt. Was ist denn los? Gibt es da nicht, Alter? Gibt es da eine Leiche? Der ist da noch irgendwo bestimmt. Ja. Ja. Check mal da drüben, die Position, wo ich markiert habe. Links. Weiter. Da war der. Da war auch einer. Ach so. Okay, lol. The fuck, Alter. Du bist ihn getötet. Ja. Ich habe gedacht... Hä? Das war der. Der ist von daher gelaufen. Okay. Ja, dann lass direkt zu der Militärbasis rüber. Nimm du da seine Waffe. Was hat er für eine gehabt? Alter, was ist das? Hkmp5, Alter. Kranke Scheiße. Ja, okay. Dann lass die, oder? Oh, Schüsse! Alter. Von wo? Da, wo ich markiert habe. Irgendwo dahinter. Weiter links vielleicht. Shit. Alter. Alter, der hat mich getötet. Alter, war der hinter uns? Ich vermute mal, der andere wird halt auch gespawnt sein hier. Ja, der war direkt hinter mir. Ah, Alter. Alter, das ist doch eine behinderte Scheiße, Alter. Da willst du irgendwo gechillt spawnen, um wieder reinzukommen. Okay, gehen wir nach oben, Alter. Also. Ja, ich bin schon wieder raus. Alter. Vor allem, der war hinter mir. Wo war... Ja, das war der andere, der hier wieder gespawnt ist wahrscheinlich mit der Pistole, Alter. Nee, der hat so eine MP gehabt. Nee, der hat so eine MP gehabt. Du hast den Squad gespawnt. Der hat sich eins gespawnt. Siehst du? Ja. Da fehlt irgendwie schon eine andere. Schauen wir mal, ob wir die Rabauken kriegen. Na gut, die Zeit, wo wir jetzt halt brauchen, entweder die warten auf uns oder die looten halt. Und haben sie dann bis zu den 10 bewaffnet. Und wir haben so Platzpatronenwaffen. Ja. Wenn sie jetzt bloß nicht mit dem Feuerzeug spielen, dann sehen sie dich safe, wenn du brennst. Hey, Mousie. Ja, Mann, ist echt so. Alter, dann fuck ich komplett ab. Das ist schon für eine Wappen. Alter. Musst doch mal tauschen. Nein, weil ich hab nur 30 Schuss. Hier guck. Monsterwaffe. Alter. Wo der Beste ist, hat so ein Pistolenmagazin, Alter. Alter. Das ist richtig schlecht, die Waffe. Ich hab nur 30 Schuss. Ja, aber lieber 30 Schuss von der als 120 Schuss von meiner. Ja, okay. Ich bin da wieder. Die sind zu zweit und haben beide den Quad rausgelassen sich. Kann auch sein, bis wir jetzt dort sind, fahren die mit dem Quad wieder weiter. Oder? Die, die, das sind, ich mein, die, da sind mehrere NPCs, nicht nur einer. Ich glaub deine 30 Schuss reichen nicht. Und meine, keine Ahnung, ich kann die Waffe werfen, das ist effektiver. Okay, ich seh's. Komm, wir holen uns. Easy. Ah, du schießt da ja auch. Nice, gell? Ja. Hätt ich auch gern. Nur so auf den Kopf zielen. Alter, ich, 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 meine Kugel fliegen nicht mal so weit. Wie stellst du dir das vor? Ich geh nah hin und hol die weg. Okay, ich hab nen Extension Code. Ja, Alter. Ja, aber wo sind denn die hin? Alter, du wirst jetzt close, close quarterfied hier. Ja, Mann. Ja, schon mal Burst anmachen, Alter. Nein, lieber nicht. Ich hab Burst an. Ich würd Single Shot machen, Alter. Bei unserer Spray Control treffen wir doch eh nichts, Alter. Ich kann nicht mal Stingeln machen, umstellen. Achso, ja, dann würd ich Burst machen. Aua! Aua! Das schafft wir! Mach mal davon! Okay, direkt dritte. Ah, das ist richtig kaltblütig. Die müssen jetzt richtig taktisch vorgehen, Alter. Oh, da drüben. Hast du Granate, Alter? Ja, Mann. Warte, warte, quatt, quatt, quatt. Komm die her und lenken die von uns ab, Alter. Ich hab die unten patrouillieren sehen, grad die Bots. Okay. Aber ich hab Granate, du weißt, wie die Granaten sind. Alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schnell weg. Granate! Alle Ernsthaft? Oh, Mann. Nein. Ich hab einen getötet. Granate! Okay, wir haben keine Granaten mehr. Hier draußen läuft einer. Spieler. Kommt auch gleich einer ins Ecke. Ich bin tot. Verfickte Scheiße, Mann. Wo ist der? Draußen, außerhalb. Robbt rum, Alter. Ich hab ihn. Nice. Alter, was war das? Ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Hehehehehe. Okay. Alter, okay. Die NPCs machen Jagd auf mich, Uwe. Alter, was ich mal... Hast du die Geräusche gehört von der Mongo, Alter? Du hast sie geredet. Direct Communication. Alter. So, ob man nicht so ein Zelt durchschießen kann. Alter, was ist denn... Hab einen NPC? Ich hör nur zur Action, Alter. Ich hör nur 17 Schüsse. Oh, 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 oh. Warte, ich komm. Und dann...